Ich habe eine Gerade G und einen Punkt P und ich erkläre, wie man den Lotfußpunkt F und den Abstand bestimmt, und zwar mit einer Hilfsebene. Es gibt eine zweite Methode, die ist auch interessant, aber in diesem Video geht es um die Methode mit der Hilfsebene. Ich mache eine Skizze, das würde ich in der analytischen Geometrie immer vorschlagen. Ich habe eine Gerade G und einen Punkt P. Und diese Hilfsebene, die mich interessiert, die lege ich so rein, dass die den Punkt P enthält und senkrecht auf G steht. Und dann wird sich hier bei F die Gerade G schneiden. Also genau das ist meine Hilfsebene. Die nenne ich E, die stelle ich auf. Und diese Hilfsebene soll senkrecht stehen auf G. G hat einen Richtungsvektor, einen Richtungsvektor U. Und der steht hier oben, das ist der Richtungsvektor U. Und das ist dann der normalen Vektor von, mal schön blau, ist der normalen Vektor der Ebene E. Und E braucht noch einen Aufpunkt und das ist mein Punkt P. Das heißt, die Ebene E, die kann ich hinschreiben. Ich muss da nichts rechnen oder so, einfach nur hinschreiben. Ich habe also einen normalen Vektor, Skalarprodukt, x minus Aufpunkt, ist gleich 0. Und der normalen Vektor ist mein U, also 2, 0, minus 1, 2, 0, minus 1. Und der Aufpunkt ist mein P, 3, 2, 7. Hilfsebene ist schon mal da. Bevor ich die schneide, rechne ich die erstmal aus, schön in eine Zeile. Also ich habe hier 2 mal, hier denke ich mir ja immer so x1, x2, x3. Genau. Also 2 mal x1 minus 3 plus 0 mal irgendwas, das fällt ja weg, plus minus 1 mal x3 minus 7 ist gleich 0. Was ich hier nübschere machen, 2x1 minus 6 minus x3 plus 7 gleich 0. Noch ein bisschen zusammenfassen, dann 2x1 minus x3 plus 1 gleich 0. Das ist die Gleichung meiner Ebene. So, Ebene habe ich, gerade habe ich. Jetzt geht es darum, wie kann ich jetzt diese Ebene mit diesen Geraden schneiden, weil dann hüpft mir der Lotfußpunkt raus. Darum geht es. Die Gerade, die denke ich mir wieder in 1, x2, x3, in so 3 Zeilen. Ich kann ja sagen, x1 ist 7 plus 2 Lambda. x3, x2 ist hier. x2 ist 2 plus 0 mal Lambda. Und x3 ist einfach minus Lambda. Und das kann ich hier, x1 kann ich da einsetzen. Ja, und x2 interessiert mich unten nicht, das fällt weg, aber x3 kann ich hier einsetzen. Und da bekomme ich so meinen Lotfußpunkt. Also, machen wir jetzt. 2 mal minus plus 1 ist 0. Hier einsetzen. Schön rot vorher war es auch rot. 7 plus 2 Lambda. Und hier ist minus Lambda. Okay? Und das gibt mir ein Lambda dann am Schluss. 14 plus 4 Lambda plus Lambda plus 1 gleich 0. 5 Lambda plus 15 gleich 0. Minus 15 und dann durch 5 bekomme ich Lambda ist minus 3. Mit dem minus 3 kriege ich den Lotfußpunkt. Ich muss Lambda gleich minus 3 diese Information oben in die Gerade einsetzen. Also, Lambda gleich minus 3. Oder hier. Lambda gleich minus 3. Dann habe ich ja x1 ist 7 plus 2 mal minus 3. Ich mache mal ein bisschen ausführlich. 7 plus 2 mal minus 3 ist 1. x2 ist 2 mal 0 mal minus 3. Also, es ist 2. x3 ist minus minus 3 ist plus 3. Und das sind die Koordinaten meines Lotfußpunkts. 1, 2, 3. Gehen Sie mal. Also, f hat die Koordinaten 1, 2, 3. p hat ja die Koordinaten 3, 2, 7. Wenn noch der Abstand d gefragt ist, dann ist das ja der Betrag von pf. Und der Betrag von pf, Betrag Spitze minus Fuß. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Minus, minus, minus. 3, 2, 7. Ist dann der Betrag von minus 2, 0, minus 4. Und hier kommt diese Wurzelformel. Wurzel minus 2 Quadrat plus 0 Quadrat plus minus 4 Quadrat. Die ist Wurzel aus 20 und Ende und aus. Und wir sind fertig.